Musik Ja, ich kann ein Selfie schicken. Bye! Oh my space! So, ne? Und im Endeffekt müssen wir dann jetzt nochmal ein Bild machen. Findest du deine Gruppen, Partner oder so? Also manchmal ist es echt anstrengend durch ein paar Personen, aber ansonsten finde ich es eigentlich sehr lustig. Wir machen die Aufnahmen, wo das Raumschiff zum Beispiel auf eine Kamera fliegt oder halt so Special Effects außerhalb des Raumschiffs. Die ganze Arbeit, die ganzen Buchstaben auszuschneiden, dann die mit Aliofolie zu entwickeln und dann noch, ja, ist eben eine ganz schöne Arbeit. Macht es dir Spaß? Ja, Spaß macht's. Film ab! Oh Gott, das ist schwingend. Ja, ich kann ein Selfie schicken. Film ab! Untertitelung des ZDF, 2020